wir haben jetzt den vorschlag kam ab damit gehen wir jetzt zum arbeitszimmer öffnen ich sehe das anders ich bin gar kein schisser was lustiger ach gucke mal sie eine eines der messer scheint zu fehlen ja und ich kann dir auch sagen wer dieses messer hat ich kann nicht mehr so wie ich es dort passen könnte aber ich verflüge dich doch spiel welches fehlt denn das da oben bei der brust hast du die falsche frau gesucht muss ich kurz nachdenken wie kommen wir denn kommen wir denn da jetzt hin und jetzt kann man da jetzt nicht hin sehr nach und aus wo war denn der eingang dafür der spiegel danke für den hinweis ach ja das schöne gespräch was sie hier geführt haben das war ein sehr interessantes gespräch was sie da geführt haben gegenstände haben ein sehr interessantes gespräch hier ja so weit so gut und jetzt jetzt haben wir das vierte wir brauchen fünf heißt ab jetzt müssen wir irgendwie in den dings kommen aber wie also wir müssen irgendwie in den im büro sind wir ja gewesen aber da ist ein tresor an den tresor kommen wir aber bis jetzt irgendwie nicht das ist das mein großes problem wir sprechen jetzt das ist das das ist das oder dass wir es Eins fehlt. Und sie ist wieder überall zu. Ne, hier waren wir auch schon. Das macht mir auch keinen Sinn. Da hat alles so wenig Sinn. Aber einfach, weil ich gerade nicht vorankomme. Weil ich gerade einfach nicht weiß, was sagt er das? Hallo, Daddy ist da. Ja. Nein, alte Frau, du bleibst da oben. Ja. 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 Okay. Ja. Ja, halt. Ne, das wollte ich nicht noch mal. Ja. 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 ich könnte doch etwas machen ach ich muss gucken welche jetzt davon die richtigen oder sind das immer die zeichnung drauf ist machen wir sie einfach mal alle auf wir werden ja sehen was passiert wenn es falsch ist werden wir es merken überall wird was dargestellt außer bei dem ein mitten eines nie enden wollenden traums ein zweiseitiger mond der in einem nebel verschwindet legt sich jungfräulich in die schuld beladenen schatten manche würden sich denken jetzt schon ja ich will mir das mal aufschreiben also ich will mir die schlüsselwörter mal aufschreiben vielleicht müssen wir werden wahrscheinlich nur die öffnen müssen die auf jeden fall zweiseitiger mond nebel legt sich jungfräulich in den schulbewussten schatten schatten nein das wollte ich doch gar nicht ja ist ok scheint gar nichts dazu stellen ein ein mond also die beiden können wir schmutz zu machen ich habe mir das auch gebrochen nicht noch einmal nicht was könnte ein nebel darstellen nebel könnte jetzt dieses nichts darstellen Mond Jetzt Schmetterling, das kann weg, also die Mitte Schatten Mitte, Mitte Mitte, Mitte, Mitte und ganz rechts Jetzt habe ich mich wieder selbst entsetzt Mitte, Mitte Den müssen wir noch zumeilen Du warst und dir scheint gar nichts zu sein. Schatten, uh, ich muss mich nochmal aufmachen. Der Schatten, das ist wichtig, ganz links. Beziehungsweise ganz rechts. Irgendwie scheint er ja trotzdem mir gerade irgendwas zu fehlen. Ach, den Kopf. Das erste. Mondschatten. Nur ist ja die Frage, was, was, was ist der Nebel? Ist der Nebel das? Das scheint nichts dargestellt zu sein. Schatten. Das scheint einen Schatten darzustellen. Dies scheint einen Mond darzustellen. Das hier ist ein Auge. Nichts. Das könnte aber sein. Heißt zwar, es scheint nichts darzustellen, aber man kann ihn trotzdem ein bisschen hineininterpretieren. Das sieht für mich halt aus wie ein Mädchen. Oder hat ihn die weibliche Person. Was passiert, wenn ich das jetzt... ... ... ... ... ... die sind ja schon so platziert dass man wirklich ein mönchlicher schädel so nochmal bleibt mir auch einfach gerade so doof inmitten eines nie enden wollenden Traums ein zweiseitiger Mond der in einem Nebel verschwindet was könnte da der Nebel sein legt sich jungfräulich in den schuldbeladenen Schatten da haben wir den Mond der Nebel ja was könnte denn der Nebel darstellen jungfräulich das eine Bild was halt so aussah wie Mädchen Interpretationssache natürlich und Schatten ja wie das Bild halt da schon gesagt hat dass es einen Schatten darstellen könnte das hier was auch das nochmal sein könnte das hier ist auf jeden Fall ein Auge das ist ein Schmetterling das hier scheint halt ja Schatten die scheint nichts darzustellen also Chat ihr dürft mir gerne helfen wenn ihr da irgendwie was seht was ich vielleicht sehe gerade bin ich ja ich habe überlegen einfach wie das jetzt ist wegen dem nicht also diese Zeichnung scheint nichts darzustellen diese Zeichnung scheint ein Schmetterling darzustellen da haben wir nichts und hier haben wir einen Schädel also das Auge passt schon mal nicht also für mich passt es nicht inmitten eines nie enden wollenden Traums ein zweisötiger Mond der in einem Nebel verschwindet liegt sich jungfräulich in den schuldbeladenen Schatten oder ist es nur der Mond und der Schatten bei dem mittleren können wir ja nicht schießen aber wir können hier aber auch mit nichts interagieren richtig aussieht außer jetzt ist klar die Kurbel und das war's aber hier können wir auch nichts machen außer drauf schlagen aber hier können wir auch nichts machen was war der gerade draus wartet mal wartet mal rüber schieben können wir es auch nicht rüber ziehen oder so ich hänge fest ich hänge fest und ich habe keine Ahnung wie es weiter geht weil ich dieses Rätsel gerade einfach nicht verstehe vielleicht bin ich einfach zu müde für das Rätsel könnte es sein jetzt einfach nicht was könnte es denn sein nein 2 sided moon clouded vision gut klar wenn wir jetzt noch ein bisschen danach gehen was jetzt hier gelingt also verschwommen sich eine Art kann man es ja auch interpretieren nur was da unten könnte eine verschwommene Sicht darstellen hm er könnte eine verschwommene Sicht darstellen hm muss das nicht er direkt sein wo wo w Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020